Ich wollte mal denken, dass ich da nicht so richtig verstanden habe, aber wir denken, dass ich da nicht so richtig verstanden habe, aber wir denken, dass ich da nicht so richtig verstanden habe. Vor primärer in der Öffentlichkeit auch wilden Eingriffen anzustellen, dass eine Ordnung ist, dass man sich an Bußgeld nachsicht. Die Höhe des Bußgeldes richtet sich an den Bußgeldkandalog der jeweiligen Kommunen. In manchen Städten bedurft man sich an den Bußgeldkandalog für 4.000 Euro, in der Regel ist man allerdings nicht zu 35.000 Euro. Sie löschen leichter Toto. So, schauen Sie hier, da hat Ihr Foto, da hat Ihr Blödschen geholt, gucken Sie mal, sprühen Sie mal vor, es sind keine weiteren Fotos. So, dann haben wir ja auch, dann sehen wir die Personale, die Schimpfanschung. Ja. Aber du, Pink, der ist ja gar nicht geflüchtet. Ja, der hat sich da raus, bitte. Wahrscheinlich schon wieder, und dann kann er sich halt so äußern. Stehe ich hier, Roboter oder Leute? Ja, mach einfach mal ruhig, bitte. Ich will nach Hause. Ja, greift. Alles klar. Was ist der? Ja, hab ich verstanden. Der hat sich überall geaussert, ne? Kollege, jetzt kommst du zu dir. Oh, ich muss doch bis heute hier. Ich weiß nicht. 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 Danke, basement. Ich will dann Jetzt zubinden. Ich weiß nicht, wie ich alleine bestellen sch examination. ach XXV ein bisschen vorliegend, wenn ihr jetztıyı 110 kg in Kaffee reinleset fühlt. depending der Abðicht und erneut wir. Ich bin nicht in der Abnicht fürLL. Ich muss doch'? Danke, со corpo-haltigen Kaffee. Danke, super. Danke, everything. Meine Frau ist auf meiner Brust schaubt. Ich spüren, ich spüren, ich spüren. Es ist wesentlich höher und vor allem, dass richtig ihn vor die Schöler und meine Frau...